Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wo die binomischen Formeln herkommen. Wir gehen das Ganze an allen drei Formeln durch und starten mal mit der ersten binomischen Formel. Hier steht sie, man hat sie ja irgendwann mal auswendig gelernt, aber wo kommen sie eigentlich her? Lasst uns mal auf der linken Seite starten, also dass wir wirklich bei a plus b in Klammern zum Quadrat loslaufen, das umformen und am Ende hoffen, dass wir dann bei dem Ergebnis hier rauskommen. Mal schauen. Wie kann man a plus b in Klammern zum Quadrat noch aufschreiben? Naja, so ein Quadrat steht ja eigentlich nur als Abkürzung dafür, dass dieses Teil hier zweimal mit sich selbst multipliziert wird. Also diese Klammer, die aus a plus b besteht, wird nochmal mit sich selbst malgenommen. Dafür steht dieses hoch 2. Und jetzt haben wir hier zwei Klammern, die miteinander multipliziert werden sollen. Und die können wir natürlich einfach auflösen, indem wir jedes Element mit jedem der anderen Klammer multiplizieren. Starten wir mal hier mit und dasselbe müssen wir dann gleich noch mit dem b machen. Also los geht's. Das ist a mal a. Schreiben wir es mal ganz ausführlich hin. Wäre a mal a. Dann kommt ein plus a mal b. Das wären a mal b. Dann kommt ein plus. Dann hätten wir b mal a. Okay, schreiben wir mal so hin. Und noch ein plus und b mal b. Also jedes Element, der einen Klammer, muss mit jedem Element der anderen Klammer multipliziert werden. Jetzt vereinfachen wir das Ganze. a mal a können wir jetzt wieder zusammenfassen. Das wäre a hoch 2, weil ja dieselbe Variable mit sich selbst multipliziert wird. Dann, die hier sehen ähnlich aus, aber von der Reihenfolge passen sie noch nicht. a mal b lassen wir mal so stehen. Und hier steht b mal a. Da sagt uns das Kommutativgesetz, wir dürfen es rumdrehen, falls wir möchten. Also wir dürfen aus b mal a einfach a mal b machen. Und hinten b mal b können wir wieder zusammenfassen zu b hoch 2. Jetzt sieht es schon sehr ähnlich aus. Was haben wir aber hier in der Mitte? a b plus ein weiteres a b sind eben zwei von diesen a bs. Also ob ihr mal dazwischen schreibt, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ihr könnt überall mal schreiben oder alle Malzeichen weglassen. Und hinten hätten wir das b Quadrat. Und tadaa! Da ist sie doch, unsere ganz gewohnte binomische Formel. Und all das, was wir jetzt dazwischen gemacht haben, könnt ihr dann ab sofort weglassen. Ihr müsst es nicht immer wieder machen, sondern man lernt diese Formel einfach auswendig und kann dann sofort so eine Klammer mit dieser Formel hier auflösen. Ist doch super praktisch. Das war die erste binomische Formel. Was ändert sich bei der zweiten? Wir wissen alle, da kommt ein Minus dazu. Und dann wird es natürlich schlimmer. Schauen wir mal. a minus b in Klammern zum Quadrat. Wir wissen ja jetzt schon ein bisschen was, dass wir dieses hoch 2 anders hinschreiben können. Nämlich, dass wir diese Klammer einfach genauso, wie sie da steht, nochmal mit sich selbst multiplizieren. Und jetzt müssen wir da wieder auflösen, aber diesmal ist natürlich ein Minus mit dabei. Also die Klammer, da wird jedes Element mit jedem multipliziert. Und auch hier jedes Element mit jedem. Los geht's. a mal a schreiben wir erstmal so hin. Jetzt Vorzeichen aufpassen. Kommt hier ein Plus. Gucken wir mal. a mal minus b. Gucken wir erstmal vom Vorzeichen. Was Positives. Multipliziert mit was Negativem. Wird ein Minus. Plus mal Minus wird so ein Minus. Ansonsten a mal b. Das schreiben wir so hin. Dann wieder gucken. Kommt jetzt ein Plus oder ein Minus? Wir sind nämlich jetzt hier. Minus b mal a. Also Minus mal Plus wird so Minus. b mal a können wir hinschreiben. Und dann hier hinten. Minus b mal Minus b. Also Minus mal Minus wird so Plus. Und b mal b. Schreiben wir auch erstmal so hin. So, jetzt wird vereinfacht. a mal a wären a hoch 2. Minus ab lassen wir erstmal so stehen. Denn hier drehen wir das Ganze nochmal um. Hier steht b mal a. Wollen wir nicht. Weil wir wollen das mit dem hier zusammenfassen. Deswegen schreiben wir ab. Und hinten kommt b hoch 2. Weil hier zweimal dasselbe mit sich multipliziert wird. Und jetzt sind wir fast am Ende. Beziehungsweise wir sind am Ende. Denn Minus ein ab. Minus ein weiteres ab. Sind dann eben Minus 2 von diesen ab. Und hinten kommt das b Quadrat. Also ganz wichtig hier. Minus 1. Minus 1. Da landen wir bei Minus 2. Und das ist unsere zweite binomische Formel. So wie wir sie kennen. Auch hier lässt man all das dann normalerweise weg. Und rechnet von hier direkt hier in das um. Und die dritte binomische Formel. Da stehen ja schon zwei Klammern da. Die einfach nur noch mit sich selbst multipliziert werden müssen. Also lasst uns das mal ganz ausführlich machen. Und dann sehen wir mal, ob wir hier rauskommen. Ich bin gespannt. A mal A. Also jedes Element hier aus der Klammer wird mit dem multipliziert. A mal A. Wie gesagt, schreiben wir hin. Dann A mal Minus B. Positives multipliziert mit was Negativen. Wird zu Minus A mal B. Dann B mal A. Diesmal sind sie wieder beide positiv. Deswegen kommt da ein Plus hin. Und B mal Minus B. Wird negativ. Und B mal B schreiben wir hin. Dann wird zusammengefasst. A Quadrat hätten wir hier. Minus A B. Plus. Die beiden drehen wir wieder rum. Wird zu A B. Und hinten hätten wir B hoch 2. Minus A B plus A B. Das ist Minus 1 plus 1 davon. Die heben sich einfach raus. Und dann kommt tatsächlich unsere gewohnte dritte binomische Formel raus. Nämlich A Quadrat minus B Quadrat. Was ein Wunder. Dann hoffe ich, dass es euch ein bisschen erleuchtet hat. Dass ihr Spaß hattet. Und dass wir uns bei einem nächsten Video sehen. Macht's gut. Und jetzt kommen wir's. Wie geht's? handful enta 万 Hawai